Jo, und herzlich willkommen zum Do-Good-Projekt. Wir machen heute einfach nur was Gutes aus Bock und Laune. Wir unterstützen heute die Kampagne Do-Good und wollen unsere Stadt ein bisschen sauberer machen. Und wir gehen jetzt nicht nur hierhin und quasi geben jetzt hier einen Geldbetrag ab und verschwinden wieder. Das wäre zu einfach. Nein, wir helfen jetzt auch den ganzen Tag hier mit im Zoo. Das sollte so eine Serie von Videos sein, die man dann einfach nur macht, um irgendwas Gutes zu tun. Genau. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, Teil der Do-Good-Kampagne zu sein. Also jedenfalls machen wir eine kleine Challenge draus. Wer ein bisschen mehr Müll sammeln kann, wer vielleicht eine Schaukel besser anstreichen kann. Wir machen alles von Scheißekratzen bis Tiere füttern. Und ja, ihr dürft uns auf jeden Fall jetzt mit dabei begleiten und wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Ich finde es schon schön, dass wir alle und wirklich jeder und jede von uns so einen mini-kleinen Unterschied machen können. Und ist egal, was es ist. Du kannst mit mir aus dem Kuchen backen, kannst ihn irgendwo zu deiner Oma geben oder sonst was. Mach einfach was Gutes. Davon ein Foto posten und natürlich mit dem Hashtag Do-Good-Day und Scene-Take taggen. Das ist auf jeden Fall eine krasse neue Erfahrung. Aber mir gefällt es. Da machen sie sich schon die Mühe, Hundescheiße hier rein zu machen. Und dann tun sie es aber nicht in Müll. Heute ist ja Do-Good-Day. Also mach irgendwas Gutes. Genau. Also mach halt irgendeine Heldentats, schreib uns davon. Schnappt euch eine Kiste und bastelt mit. – gut, gut. – Gute – Guck mal, er hat ein bisschen Angst vor der Kamera, sehe ich gerade. Er ist ein bisschen Kameraschall, er will nicht. Oh, yo! Okay, Freunde, do good. Kommt mal runter. Und ja, das wäre es dann gewesen und tschüss.